Ja, Esther, wie ist die Lage? Ja, okay, wir haben zweieinhalb Stunden später, ich komme jetzt bestimmt mal dran. Mein Termin war um vier, jetzt haben wir schon gleich halb sieben. Ich soll jetzt aber zumindest schon meine Haare bürsten mit einer Denman-Bürste. Ja, das mache ich jetzt. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe Jahre gekämpft, so sehen die aus. Ich bin gespannt, was passiert. Sorry. Ja, ich bin gespannt. Ja, ja, ich bin gespannt. Es ist dein, es ist dein, es ist dein, es ist dein, es ist dein. Was ist jetzt der Vorteil von Madanman-Bürsten? Im Moment benutze ich die sieben Reihe, aber dicht. Sonst, wenn die Knoten alle aus sind, ist es besser die sieben Reihe, aber nicht so dicht. Und das ist, weil die Knoten die Knoten durch und die Knoten zurückbleiben. Es ist nicht schwer. Es ist einfach so, wie sie auf der Softer-Floor stehen. Ja, es ist besser. Für eine Haare-Brecke. Ja, genau. Ja. Ja. Und das macht es gut. Es geht in die Knoten. Ja. Du kannst die Knoten mit der Knoten massieren. Ja. Du kannst die Knoten durch die Knoten. Ja. Für die Haare-Brecke. Ja. 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 user oder eine Tonne. Ja. Ja, in denen Sie grünen meinen kleinen Schulzien. Ja, mit unserer unconditionalen Junge. Ja, mit unsererulasierchen. Ja, meineung. Ja, über unsere Temfumba. Ja, ich bin hier, mir Cole, mit unsereriva Kling. Ja. Mit unserer ersten Tage. Wie ist es? W SCIEN. W TECHN controldet $15000 für die NPorzine am Kinderg醒EN. Ein Beispiel in dasi und der eigene Korte. Wie soll die Hぞagem waren, Amen. Wie soll die festival gemeint? Wow! Genau. Vorne muss ich schon so viel nehmen. Vertraue, ja. Vorne muss wirklich so viel gehen. Sonst komme ich hinten gar nicht dran. Ja. Du bleibst da. Du bleibst da. Es ist noch da. Weil diese Spitzen sind wirklich kaputt. Ja. In der Mitte, nicht priviert. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe die Muskelkater hier. Ich habe zu stellen auf der Tür. Ich habe die Tür. Ich habe die Tür. Der Tür ist immer toll. Ich brauche die Tür. Ich schneide nicht viel, nur, guck mal, du denkst ich schneide so viel, guck mal, hab ich viel geschnitten? Nein, hakusche. Nur die Fussel an der Spitzen. Bisschen. Ich hab zu viele Experimente gemacht. Schatz, ich werde dich nie enttäuschen. Nur wenn die weg sind, dann ist dicker. Weißt du, und dann denkst du... Dann wirst du dich glücklich. Ich hab immer so ein bisschen trist gemacht. Du bleibst aber in der Mitte. So viel von Vertrauen. So viel von Vertrauen. Ich habe das, was ich mache in Abschied der波. Du kannst auch so tragen, du kannst auch in der Mitte tragen oder so wie es jetzt auch ist. Du kannst alles mit dem Schneck machen, so wie ist mein Haar an. Krass. Okay, lass mal gucken auf alles hier leicht. Ich habe hier leicht reduziert, damit du hier nicht so ein Hamster... So ist mehr hier oben, mehr aber ist lang. Wenn du deine Sache machst, ist da. Also du hast eine Form, die von oben so fällt. Ich habe immer noch viel an der Spritzen, aber die machen wir in sechs Monaten. Okay, so du kannst machen, was du willst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.